Es muss nicht sein, wenn Sie es nicht haben wollen, dann machen wir das nicht, aber ansonsten brauchen wir die Frage, ob es für Sie interessant wäre oder nicht interessant wäre, ansonsten fahren wir die Strecke und Sie können sich das alles nur angucken. Es ist ein paar Dinge, die wir haben. Wir haben noch ein paar Jahre, die wir stehen, wenn es die Strecke ist, dann können wir es nicht mehr. Ja? Ja, okay. Fantastisch, das ist ja. Ja, da muss ich aber hier bleiben, damit ich mich besetzen kann. Ja, ja, ja. Das ist nicht das Thema. Wie gesagt, das ist auch dann hier das Mikro, das ist dann... Okay. Wie gesagt, Sie haben dann hier, wie gesagt, den Hauptbahnhof, den haben Sie ja gesehen, der ist vollkommen umgebaut worden. Früher sind wir in einer Ebene gefahren, jetzt fahren wir auf zwei Ebenen. Sprich, die Straßenbahn hier unten, dann Autoverkehr hier und Autoverkehr noch einmal hoch. So, da ist es... Okay. Können Sie mich hören? Ja. Also, Esma hat gesagt, er hat uns über die Hauptbahnhofhof, er hat uns über die Hauptbahnhofhofhof gesagt, es war auf einer Ebene, aber jetzt ist es auf drei Ebene, mit Fahrzeuge, mit Trams, und mit der Maui, wo wir von der Hauptbahnhofhof kamen. Okay. Wie gesagt, das habe ich dann umgebaut, so dass wir jetzt hier trennen sind. Jetzt, wie gesagt, fahren wir hier dann hoch, kommen wir dann auf die Magdeburger Straße, wo sich dann anbindet, der große Park, Eddie Park genannt. Okay. Jetzt ist es doch... Okay. Okay. We're going along the Magdeburger Straße, um, and, a lot of this is here, as you can see, has been rebuilt. Not just the main station, but a lot of the other, sort of buildings here. Okay. Okay. Is that better? Aha. Okay. Okay. I see. Okay. I'll do my best. So we're on the Magdeburger Straße, um, where a lot of the stuff has been rebuilt here, as you can see, uh, as we go past, a little bit, go past very slowly, so that we can sort of see the area around us. Okay. Yeah. This, uh, the bit we're just on now is pretty steep. It used to be on the level as the roads are right, but it had to be, uh, when everything was being rebuilt, it had to be put under the, uh, the other roads, so that, you know, the tramlines could be used, and it was stopping in the middle of nowhere. you know, there's a lot of, a lot of other, there are some, that is, that is, uh, uh, that is, uh, that is the, uh, 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 and they spend a lot of money, a lot of time, Das ist der Lennon Park. Das ist der Lennon Park. Das ist der Lennon Park. Aber jetzt ist es natürlich der Stadtpark. Das ist der Lennon Park. Es ist jetzt der Lennon Park. Lennon nicht mehr so viel mehr. In Deutschland. Wie viele Straßenbahnen gibt es hier? Ja, im Schnitt zwölf Linien. Okay. Ja. Wir haben 12 Charme Reisen hier in Halle. War die Halle und Magdeburg ist damals der Hauptstadt vom Sachsen-Anhalt? Ja, das war der Teil. War die Halle sehr enttäuscht? Ein bisschen, ja. Ich war oft noch nicht drüben. Die haben auf dem selben Straßenbahnen. Ja, ja. Hier ist die Halle Frauenklinik. Was jetzt eigentlich umgeht an die Universität, wo hier Fortbildung und sonstiges alles geschieht. Nachwuchs, Mediziner und sonstiges. Genau, die Leute auszusitzen, dann noch hier. Okay. To our left is our women's clinic, which is now used to train people as part of the university training that they have. To become doctors and nurses and what I do. Das ist der MGTK-Typ. Das ist ein Zweirichter-Typ, ja. Der hier ist ein Solo, das ist nur ein alter Datra. Ja. Ja. Da haben wir doch einen davon, für sowieso eine sehr einwesliche Form. Also nicht, das war nicht du sagst, aber du sagst, das hier ist Jayden noch. Okay. Das ist das war noch. Mhm. Das war jetzt hier drüben so in, äh, wo er du war eigentlich. Ja, ja. Ja. Das ist jetzt das umgebaute Steintor. Steintor. Steintor, ne. Mit dem, äh, berühmten Steintor-Varieté, direkt vor uns, das frühe Gebäude. Ja. Das ist die Steintor-Varieté. Okay. Ähm. Ähm. Ahead of this, äh, we're gonna pass in a moment please, this green building, which is the Steintor-Varieté, also ein Theater. Ja. Ähm. 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 You know, that's also been renovated and installed, what have you. Oh. Can you hear me again now? I have to hold it to my mouth, sorry about that. Yeah. So, this building, straight ahead of us, this green building, is the Barieté, the theater, which is also being restored, renovated, renewed, and not in particular. Is not in particular. Is not in particular. Yeah. It's used for that purpose nowadays. Steintor, Storingate, which does not seem like a gate here at all anymore, but it was. Am beliebtesten is it for all over Weihnachten. Aha. Da machen's dann the große Weihnachtsrevues with the kids. Also, that is, yeah. Ansonsten, viele Auftritte von Künstlern und sonstiges Jahr. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Oh, Yeah. Oh, yeah. Sorry. Oh, Yeah. Oh, yeah. Oh, Das ist ja auch nicht. Kannst du mich jetzt hören? Okay. Kannst du mich in der Nachricht hören? Okay, gut. Ja, das ist besser. Ja, ja, ja. Na gut, okay, dann machen wir es so. Dann können wir uns das auch nicht stopfen. Bis es sich präbige fehl. Und deswegen bin ich jemanden daran gewöhnt. Am liebsten ohne. Ja, ja. Jetzt fahren wir im Prinzip drauf zu, auf Marseburg. Oh ja. Das ist das bekannteste Stadthof. Okay. Hannemus ist die Wotertal von der Stadt rather than von Rauern. Das yellow building hier. Ist auch nicht mehr so intakt. Ist es ein Museum? Ja, es ist mehr so. Also wie gesagt, ich selber war noch nicht dritte. Ja, ja. Ja, wir haben es ja nun großteils im städtischen Netz angeschlossen. Okay. Aber es ist eben noch ein Bauwerk, was monumental wirbt. Ja, das ist toll. Und man braucht diese extra Schiene hier, weil die leicht aus der Schiene springen, die Klanze. Ja, ja, ja. Das ist ja im Prinzip unserer Führung, womit wir mit den Rädern aufsitzen. Ja, ja, genau. Wie war die Eisenbahn eigentlich auch. Ja, ja. Ja, Spaß. Wie gesagt, die haben sie eben kommt, die schönen alten städtischen Häusern mit Gaststätten. Ja. Es muss eben auf hier gemacht werden. Das ist eine der Hauptsitzenden mit vielen Restaurants und mit easy Plänen in generell. Das ist eine der Hauptsitzenden von Halle. Oh, ist das ein bisschen besser? Das heißt, wir fahren jetzt Richtung Vollzugruch. Das sind die eigenen Gesamtbereiche von Halle und und so weiter. Aber das ist ja nicht so gut. Wir fahren dann hoch zum Vollzugruch jetzt. Von der Vollzugruch fahren wir hier wieder retour. Wir fahren dann über den Innenstadtbereich, über Trolda, hinten am Zoolang, und dann zum Markt wieder zurück. Ja, okay. Wir fahren noch nicht am Markt jetzt. Ich war im Sommer hier. Nein, im Markt fahren wir zum Schluss. Dann lassen sie sie dann wieder raus am Markt. Dann können sie auch unten drinnen. Das ist ja schade bei dem Wetter jetzt. Es ist nicht so schön. Ja, ich war gerade im Sommer. Meine Freunde sind auch hier mitzelt. Wir sind auf dem vielen Markt gewesen. Ganz toll. Also ich mag gerne Halle. Also ich muss sagen, es ist eine schöne Stadt. Aber wie ihr sagt, Sie wissen ja selber, wie es in jeder Stadt gibt zu ecken. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Gehen wir an diesen, wie heißt Wichern? Diese, äh, sozialen Gebäude vorbei. Wer war das denn noch mal? Jetzt gucken wir in der Schule mal. Das war wahrscheinlich Teil der Universität jetzt. Wie heißt das? Das war, das war, der erste Teil war das, was wir hier unten hatten. Ja. Auf der Wackteburger Straße. Okay. Was sie schon erklärt haben. Dann waren wir, äh, nachher unten haben wir Reihel Klinik vorbei. Was, äh, was ein, äh, wie kann man jetzt sagen, medizinische Versorgung vor der Befolgerung eigentlich erst mit, ja. Okay. Wo auch schon, im Prinzip, Johann Christian Reihel damals gelehrt, und, 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 ausgebildet hat. Ne? Das ist auf der Reihelstraße dann. Okay. Am Reihleck ist das gleich daneben. Das ist riesengroßes Gebäude. Ja. Ja. Da steht auch groß außenpolig und die Befeil dran. Ja. So. Das wäre dann, das, als nächstes. Gott, der medizinische, äh, Standpunkt her ist ja für den Ausbildungsstätten. Wäre da günstiger gewesen, wenn wir jetzt über, äh, die, äh, die, äh, die, äh, der Katzgefahrt wären. Dort hätten sie die Universitätstätigen von Kröwitz gehabt, dann, äh, das große Bildungscenter, was die ehemalige Kaserne war, was jetzt Universität übernommen hat, wo es weiter Bildung war, und dann das Fraunhofer Institut und so, Das wären dann die Möglichkeiten gewesen, aber das ist nun hier so, direkt jetzt nicht in unserem Fahrweg angegeben, den sie da freut waren, ja. Das ist nicht mehr der Angeburt, das ist Dessauer Straße? Das ist jetzt die Dessauer Straße schon, ja. Ja, ja. This is another one of the main items here in the Dessauer road. Dessau is a town, this is in Sachsenheim. Ja, ja. I think we also in Sachsenheimheim, in Torsburg, in Sturmloch, here. Von ungefähr 60 km in der Talen von uns. Wahrscheinlich in der Richtung, in der Richtung. Ja, Dessau. Ja, ja. Das ist aber geil. Hier raus dürfen sie jetzt Richtung Bitterfeld-Köthen kommen. Okay. Hier drüben, das ist Gertraudenfriedhof. Okay. Ja. One of the main cemeteries here on your left. Gertrauden. Ja. Okay. Viele, 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 äh... Bekannte Leute, ja. Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich hab's ja auch nicht alle auf der... Ja, ja. ... auf der... ... auf der... ... mitsehen, wie wir das so schön sagen, ja. Aber das ist ein bisschen ein großes Areal. Ja, ja, das ist ein sehr großes Areal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist... ... bedingt durch die ganzen Geschehen, das sind doch Jahrhunderte... ... alles, was so gewesen ist, wie Kriege und... ... äh... ... da wurden keine Leute aus Abgrundbremden beigesetzt, oder? Ja, ja, ja. Ja. Aber wie da jetzt... ... denn... ... den... ... kirchlichen Luftträgerjagd hätte... ... das wäre das, äh... ... was Besseres gewesen, ne? Der hätte war anders, oder? Ja, ja, ja. Aber der hat das nicht vermutet... Der hat das nicht vermutet, das hier so zu Sittermachen und Bauch. Der war langsam. Ja. Das stört das nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also... Das ist immer so eine Sache, wenn man nicht dran gewöhnt ist... Ich komme jetzt in Berlin, also... ... Straßenbahn, äh... ... wo ich vom Westen war, aber... ... in Bonau, in England, auch früher... ... war ich nicht so dran gewöhnt zu Straßenbahn. Da muss man... ... so besonders aufpassen, finde ich. Ja. Ja, Berlin... ... und äh... ... Kälte und Dunkel ist... ... oder weiß man nicht genau, wo man fragt es. Ja. 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 Ja, 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 ja... ... gut ausgebaut, mit Straßenbahnen, ja. Okay, so the event appears... ... hier, das ist die Endstation, die frohe Zukunft. Ja. This is the happy area, and it's where... ... our trip... ... so here... ... which ends, first of all, as we turn around here... ... and we go back the other direction towards the marketplace eventually. Did it? ... Yeah. ... yeah, yeah... ... background for Joe... ... stop your temper, or it? ... Können sie machen, wir haben noch keinen hinter uns, können wir machen? Okay. ... ja, kennst du alles, go ahead. Oh, ok. ... ist aber es auch passend, dass ich keinen, keinen, den nächsten Mal anfangen. Aber Wuppen, dass man jetzt nicht gerade irgendwie viel feucht... It's called the happy future. So, we have a happy future, we have a few minutes to take some pictures. Vielen Dank. Reichenreisen stellen. Wir haben so drei Kasten hier, links, rechts oder geradeaus, left, right and straight ahead. And it pisses up on it. If it doesn't work, we always want this to send. Help into the public manual. So, do I extend the circle to a French middle or a Russian mechanical device? Ist das mechanisch von der Straßenbahn? Das wird der Funk gemacht. Mechanisch gibt es eigentlich nur noch einen. Im Museum gibt es den noch. Da wird es aber nur über alte Kontakt-Center sind das dann. Okay. Was sagt das hierher? So ein Argument, wenn du etwas selbst sagen willst? Na, wenn ich selber sagen muss, wo unsere Kostnummer hinterlegt werden. Okay. Da werden dann die Linien einnehmen, wo dann das Zielfilm umgeändert wird und so weiter. Das ist das, was jetzt oben Sonderfahrt eingemacht hat. Haben wir hier mit der Zahlenkombination eingegeben. Ja, ja. Wenn ich jetzt hier drauf zufahre, wie wir sagen, die Ampel muss ich hier auch reinfordern. Ja, ja. Das ist die Ampel-Frei-Krise. Und stehen wir hier bis zum St. Nimmerlein-Star, wie man so schön sagt. Ja, ja. Das ist eigentlich normal. Das ist die richtige. Das ist das richtige. In advance für die Traffic-Lights. Ja, ja. Das ist die richtige. Das ist die richtige. Das ist die Ampel-Frei-Krise. Und stehen wir hier bis zum St. Nimmerlein-Star. Wie man so schön sagt, wie man nicht wegkommt. Und das ist das eine der Mahl an uns. Das ist die richtige. In advance für die Traffic-Lights. Wo sie noch einen alten Katzfahrer dieser Art, noch einen unumgebauten Fahrzeug sehen, das wäre ein Grinch, oder Grinch, wie das heißt. Die haben damals von Halle ein Fahrzeug übernommen und die lassen das dort auf der Museumsstrecke in England fahren. Das ist noch so einer wie hier unten ist im Museum bei uns und da waren wir ja auch noch dran vorbei. Aber wie gesagt, wir waren es vorbei, die haben wir noch nicht offen. Da sind wir noch da einen Rast einreden. Da hat sich das Museum mal angucken können. Da hätte man auch gesagt, einen anderen Fahrer haben müssen, der vielleicht gemeint, dass es da reinfahren kann. Da wäre das kein Thema gewesen. Das Museum? Nein, das ist Krasenbein Reserve. Ach so, hier in der Halle haben wir ein Krasenbein Reserve. Hier in der Halle haben wir ein Krasenbein Reserve. Da waren wir noch dran vorbei. Aber wir waren bloß vorbei, da winken dann bloß. Okay. Hier in der Halle sind auch ein Krasenbein Reserve. Da sind die alten Krasenbein Reserve. Und einige sind dieser. Aber einige werden sie da nicht benutzen. Das kommt auf den Kanonkopf an, nachdem die Leiter von der Dings sind, ja. Also, diese Eisenbahn heißt Stopp? Nein, das ist Stopp. Dann kommt der Punkt, die Anmeldung und das gerade, der gerade, der ist dann gerade. Der ist dann vorne. Also, jetzt geht's los. Jetzt ist das Fahrzeug erwarten. Dann wird der Eisenbahner sagen, dann wird der Balken, dann können wir fahren, ja. Ist das allgemein in Deutschland? In Deutschland ist das mit den Signalföhnungen prinzipiell so, ja. Halle hat natürlich noch einige Besonderheiten dabei. Wir haben noch ein Dreipunkt-Signal noch, das ist im Stadtgebiet fast außerhalb ein bisschen. Ja, da haben sie bloß drei oder vier Leuchten dran und die zeigen ihnen dann direkt an, wie was man wohnt, ja. Okay. Aber das geht schon. Ja, die sind hier unten, alles in dieser Gärtenanlage, die Zentren hier. Was ist das für ein Tour? Das war ehemals Hermes. Das war Auslieferungswahl, die Tode und sonstiges. Da haben sie jetzt einen großen Markt in die Markenika gemacht. Ah, ja. Okay. Das ist schon ein Geschlecht von der Sache für die Leute. Ah. Hier und direkt der Nase davor, das ist der Pauluskirche. Okay, ja. Auf dem Hasenberg. Aha. Okay. Ja, ich erkläre das mit dem Signal. The Signal in the Times in Germany is that we have a white bar that says stop. We have a dot, a white dot that says get ready. And then the vertical one, that means white as well as you can go. So it's not green, red and yellow as it would be with the railway. Okay. Ja, tapé. Da oben wird dort der Rasseturm wieder майkanuchten. Ja, das ist der Row nad, ja, ja. Und das Gebäude links? Was ist das? Das ist das, das ist die Rentenstelle, okay. Und das Gebäude hier gehört zur Alpen-Kaserne noch. Ja, ja, das ist der Sefall, ja. Zu Keiserzeiten wurde das gegründet, ja. Okay. Da muss ich jetzt auch passen, ob hier zum Sachsen gehört dann, oder zum Freußen, das gehört noch dazu, die Gebäude, ja. Also viel Altesubstanz ist doch noch da in Hallen. Das wurde dann, obwohl, wie gesagt, zu der Zeit in der Armee genutzt, und sonst ist es eigentlich normal. Aber eigentlich schön, dass die Gebäude von Wasser, die wir erhalten haben, das war jetzt nicht mehr direkt am letzten Tag, aber es wurde eben gepflegt. Ja. Ja, und dazu schon mal eine Schlechtung. Das wäre dann ebenfalls eine Riesenanlage auf Friedhof. Ja. Ist das hier Brete, Breite, oder? Ja, Bretergleis. Das wäre, wie gesagt, auch in Grünsch. Ja, die müssten die Grünsch auch ein Metergleis haben. Okay. Die haben ja nicht wahr. Oder sie haben noch ungesprucht, dass sie oben werden. Ja. Aber jetzt... Ich glaube, Berlin hat auch Brete, glaube ich. Nee, Berlin hat ein bisschen größer. Ja? Ach so. Ja, das stimmt, die Breite. Ja, die haben keinen Spruch. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Die Einstigen, die noch ein Meter stürzt haben, ist Erford. Äh... Äh... Das auch was das noch haben. Und... ...und... 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 Meine Freunde hier, die Frau ist gesund, aber sie liebt Straßenbahn. Sie liebt das richtig. Sie ist sowieso eine interessante Frau. Sie liebt Tennis und kann alles verfolgen. Besser als wir mit Augen. Das ist ganz spannend. Und die Lieder, sie sagt, ich fahre mit, wenn ich aus der Straßenbahn fahren darf. Das Gehör ist das Beste, was es gibt. Ja, natürlich. Das ist Wahnsinn. Das könnten wir nicht, aber es ist sowas. Es ist unwahrscheinlich, dass die Menschen mitschneiden, was wir mit unseren normalen... Was heißt das dann? Das ist jetzt diese Weiche, die wir gestellt haben, damit wir so rum können. Denn wir wollen ja jetzt vom Massenbaum kommen, vor Zukunft, zurück bis vor der Straße. Das ist jetzt wirklich vor der Straße, wo wir jetzt reinfahren. Ja, hier wäre dann die EMI Landwirtschaft und die Fakultät. Die wird auch weiterhin genutzt. Ja, die wird auch weiterhin genutzt. Von links hier ist der Agrikulturen und Teil der Universität. Das hier ist es. Die hat das Bedeutung noch als Teil der Universität usw. Für den Agrikulturen und Biologische Ingenieuren. Okay, dann müssen wir jetzt das Wert ankommen. Und dann werden wir das anschauen. Ja, genau. Das entscheiden Sie, oder? Das ist interessant, dass die Leute das mitkriegen und das auch verinnern sich nicht so, wie das läuft, wenn man das Interesse dafür hat. Ich war vor einem Jahr in Eberswalde, wir haben da noch diese Oblose. Es gibt nur drei Stellen, wir waren halt in Reutlingen, in den Westen, in Eberswalde und auch in Solingen. So liegen wir. So liegen wir. So liegen wir. Ja, ja, weiß ich. Fähig toll. Ich kann ja als Kind mich an die Lande erinnern, gerade noch ein bisschen dran. Aber die Straßenbahnen gab es gar nicht viele Jahre lang, jetzt geht es wieder los. Aber natürlich schwierig, wenn in den alten Städten oder festgelegten Städten auf einmal, wenn man die Straßenbahnen da ist. Ich sage mal, die Straßenbahn wurde damals als nicht so innovativ angesehen. Es ging mehr zum Auto, zum Bus und so, aber aufgrund der jetzigen Klimasituation, wie soll man so schön sagen, wäre die Straßenbahn effektiv. Ja, genau. Aber diese sind da einzurichten. Sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig, teuer und bis über Proteste geht sowieso nicht über Proteste, egal was du machst. Das ist momentan ein sehr heißes Wasser. Ich mag diese Leute absolut, die muss ich sagen, weil die Schaden der Wirtschaft noch mehr. Vor allem, wenn sie sich irgendwo hinsetzen, wird irgendein Wirtschaftszweig behindert. Ob es nicht der LKW-Fahrer ist, der uns das Essen in die Kaufalle bringt. Ja, 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 ja. Oder ob es ein Krankenwagen ist, der einen Patienten drinnen hat, der nicht zu dem Punkt kommt, wo er hin möchte. Ja, ja, genau. Ich schätze, die Riedero-Rospunker von der Straße entfernt, dann muss ja man die Straßenabschicht dafür zu kommen. Weil so geht das nicht. Das ist irgendwo unter dem Punkt, wo es sein darf oder sein sollte. Das geht auf dem Weg. Wir sind hier noch am Rand der Mitte. Jetzt sind wir am Rand. Jetzt befinden wir uns am Reileck. Aha. Aha. Na ja. Wenn wir jetzt um die Kurve rumfahren, ist dann um die... Also wir fahren hier rechts rum. Ja, wir fahren hier rechts rum. Ja, das sind die Schräge. Na, na, na. Und die Wirkstgeschwindigkeit ist 40 oder 50? Wenn der Schnitt ist mit den Fahrzeugen ja 55. Aber da wir ja ein bisschen was mitkriegen wollen, haben wir gemütlich langsam... Wir wollen nicht aufrasen durch die Stadt, sondern einfach 10. Ja, ja, ja. Richtig, genau. So wie jetzt kommt die, das machen wir ihn auch auf den Vorsicht. Die waren für sich ja in Reileck aufzug. Ah, ok. Das ist das Reileck, ja. Wie gesagt, die ist noch wirksam, da wird noch medizinisch hier gearbeitet. Aber auf die nun noch Ausbildung dabei waren oder nicht. Lehrschwester und sowas alles machen, das bin ich nicht ausgeführt. Das weiß ich nicht. Da muss ich passen. Aber wie gesagt, das ist eben noch klein. Ja. Und unter der Diagonie wird das ja gefordert. Ja, ja. Also jetzt da alles in Geldfraher, wie gesagt. Ja. Ja. Ja, oben hier war jetzt Kasernengelände. Das ist das Arbeitsamt jetzt. Das ist jetzt die Reileckstraße, wie gesagt. Ja. Aufgrund der Bedingungen bei uns, dass ja die kleine ausgebaut werden. Ja. Sein müssen. Dass eben auch ein Mensch mit Rollstuhl und so in das Fahrzeug reinkommt. Ja. Ohne Schwierigkeiten. Sind diese Bahnsteigen jetzt so gebaut worden. Und in gewisser Höhe. In gewisser Höhe. Und wurden auch dementsprechend die Gleise versträngt. Ja. Dafür fahren wir oftmals so einen Sitzack. Ja. Ah, ja. Damit auch die Platzkammer so denen genutzt werden können und die vorhanden sind. Ja. Weil wir haben es ja gerade vorhin gesagt, wenn das so und so ist, dann muss man das so das Einige, das vorhandene schon einfügen irgendwo. Und man kann ja keine Außenwelt kreisen. Also hier haben wir den Straßenbandack. Ja. Das ist ja auch ein Zimmer. Wie muss ich schön sagen. Ja. Ah, ja. Free safe. Ja. Ja. Ja, jetzt fahren wir mit auf den Sitzplatz runter. Ja. Aber möglich. Möhnlich. Machen Sie viele solche Touren wie jetzt mit uns? Und ist das Ihre so? Ja. Das kommt doch an, die sind im Feld sind. Okay. Die müssen erst dann beantragt werden und dann wird eben ein Fahrer dafür anzustellen und wird das dann durchgeführt. Okay. Aber du fährst ja auch normale Touren? Ich fähr auch normale Touren. Ja, ja. Ja. Ich sage mal, du mit kein Thema. Naja, kein Thema. Kein Thema. Das ist keine Frage des Alters, keine Frage dessen. Ich bin da wahr und da plötzlich kommt da jemand, du, sie oder Anke. Das nehme ich so hin. Das akzeptiere ich. Und was ist das so interessant für Sie? Das hier ist der ehemalige Polizei. Jetzt ist immer noch die Polizei. Das war das Krankenhaus von der Polizei. Ja, aber das ist jetzt auch schon da drinnen. Okay. Jetzt fahren wir direkt. To our left is the police center. Medical center for the police as well still. Is our left. Oh, is there. Bitte? Jetzt fahren wir auf dem Zohlenhof Zoo. Okay. Wo momentan die Wichterwelten stattfinden. Die haben riesengroße Tiere. Ja, es ist Wölten. Und im Zoo aufgebaut und werden dann illuminiert. Okay. Dass Menschen sich eben zu bemerken. Wie, wo, was. Wie, wo, was. Wie, wo, was. Ja. Is the zoo on the left? The zoo of Halle on the left? The zoo of Halle on the left? Jetzt ist es ja nicht mittigst. With a rather large plastic whale. Or whatever it is. Nein, weil es auch schön mit Luft dargestellt. Also. Haben Sie besondere alte Tiere? Ja. Also ich war ewig nicht drin. Da brauche ich auf die Erde. Ja. Ich habe die Zeiten nicht dazu. Also eigentlich rund, rund was Europa typisch ist. Ja, okay. Also Europa. Und teilweise auch Asien. Ja, ja. Schön. Da haben wir jetzt ja Elefanten. Und das Ganze auch da. Ja, das ist nicht das Thema. Ja, ja. Ja. Genau, woher ist der Weg? Ja. Bei der letzten Sinne so in Berlin. Das war spannend auch. Das sind riesige Dinge. Da haben viele interessante Gebäude auch. Wir haben auch. Ja. Finde ich so schön. Jetzt habe ich so zwei kleine Ängel. Das ist natürlich schön. Die finden das toll. Das ist richtig. Also sie sind ja irgendwie vier am Neubau. Ja. Was heißt, sie verändern das auch Leidungsbild. Ja. Also neue, 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 neue Räume verbauen. Ja. Neue Ausstellungsobjekte, sag ich mal. Man muss die Tiere runterbringen. Ja. Das ist die sogenannte hartgerechte Haltung. Ja, ja. Heute machen wir das. Man versucht es, man versucht es. Ja, genau. Finde ich in Ordnung. Leipzig hat es ja vorgebracht. Ja. In vielen Sachen. Mit dem Betuanaland. Ja, genau. Die Möglichkeiten, wie gesagt, alle eben nicht so sehr. Deswegen, wenn wir es so viel uns anziehen. Ja. Ja. So ist es teuer im Unterhalt auch. Die Tiere zu füttern. Das Richtige. Und jedes Tiere aus eigenem Menü kriegen. Das kann das gut auch. Ja, ja. Und wie los das runterbringen. Die Leute müssen noch rein. Ja, ja. Rein. Mit. Interessiert muss reingezogen werden. Und versucht werden sie da ein bisschen. Öphorie reinzubringen. Ja, ja. Es gab vor Jahren mal eine Zugruppe. Da wissen wir nicht, ob sie noch ist. Wo viele ältere Leute ansehen. Und dann, er fangt mich da auch mit. Hier ist also warm. Ja, kann man nicht weckern. Das ist nicht das Thema. Vor vielen Jahren war ich mit meiner Frau, die ist leider vor vier Jahren verstorben. Aber wir waren zusammen in Leipzig. Wir haben verfolgt die Alkantie und Co. Das war so im Fernsehen. Ja, ja, ja. Und die sagten, wir müssen unbedingt dahin. Was erleben. Was entspannt. Und wir waren in der Land. Oder die Heißhauer. Ja. War auch schon da. Da war schon schon schon. Ja, hier läuft ja immer noch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, das war die erste Serie in diese Richtung. Ja. Natürlich haben die Leipziger so eine Vorzeige, dass ich da arbeite gerade überhaupt nicht. Stimmt. Also, wenn man das so verfolgt, wenn man sich das so nachdecken und machen. Ja. Ja. Also, es ist ja auch viel, viel Alterschasmus dazu. Ja, klar. Und auch nur Vertrauen in die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die das mitmachen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, genau. Ja, genau. Die Grenze Sachsen und Sachsen hat alles irgendwo zwischen hier und Leipzig, ne? So, sozusagen. Die ist ungefähr, soll ich das jetzt sagen? Hinter Kröbers. Hinter Kröbers ist die Grenze. Da wäre dann der Umschwung zu Sachsen dort. Ja. Ja. Das merkt mich speziell, wenn Sie jetzt mit der S-Bahn fahren. Ja. Bis zu dem Bereich, können Sie diesen Zonenbereich nutzen. Auch da müssen Sie dann die nächste... Ach so, das Problem. Ja, ja, ja. Ja, das ist... Das ist nicht so einfach. Ja, ja. 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 Sie haben sicher die Wände damals erlebt. Ja, ja. Ja, ja. Wie hat man das hier erlebt? Ja, ja. Zwei Deutschland im Westen. Ja, ja. In Leipzig ist es ja losgebrochen, sag ich mal. Ja. Da ist ja das erste Mal so richtig in den Janken gekommen. So wurde mit Euphorie eigentlich empfangen. Ja, ja. Es war ja alles hier im Prinzip im Zusammenbrechen irgendwo. Ja, ja. Unsere Leute haben irgendwo aus dem, was vorhanden ist, aus den wenigen etwas gemacht. Ja. Ja, zumindest versucht etwas zu machen. Es war nicht einfach. Es war nicht gleich. Aber sie haben es irgendwie hingekriegt. Ja. Ja. Wir auch. Ja, ja. Ja. Das habe ich aus dem Maßen empfoten, das ist ein blöder Spruch. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist nicht so einfach. Ja. Ja, ja. Ja, klar. Weil die Möglichkeiten, die hier im Osten waren, waren in jedem so die Möglichkeiten, die im westlichen Teil vorhanden geworden sind, einbauen. Ich habe meine Freunde, von denen wir erzählt haben, mitgebracht. Wir waren zusammen im Sommer. Ich habe den Meso-Bayern und auch Osten gezeigt. Und ich habe den gezeigt, Hellsteht Bayern. Und das fand ich faszinierend. Ich habe es ein paar Mal erlebt. Mit mir konnte keiner was anfangen. Früher, so was in der Zeit war, englisch mit deutschem Auto, mit deutschen Freunden, besucht einen Fahrrad. Also irgendwie passt hier kein Schema. Das ist richtig. Das ist ja wieder eine Endstation. Das ist eine Endstation. Und ich muss mal gucken, wo wir jetzt ausweichen können, damit die Altenen im Wege stehen. Das heißt, ich muss mein Weg halten. Ich habe eine Endstation. Wenn ich einmal ausweichen, mal schauen wir mal auf. Ich habe eine Liebe über die inversenden Zeitung. Ich habe einen Schnellen zurück. Das ist ja der Schnellen. Hier ist es der Stadion, der Stadion auf dem Lass. Ja, das kommt schon noch. Wir brauchen hinter uns. Sind Sie drinnen? Ja. Na ja. Ja, das Problem ist, ich habe nicht gesehen, wenn das Gleis jetzt frei ist, dass wir durchfahren können. Okay. Diese Anzeige fehlte mir eben. Das ist der Endstuhlfahrer jetzt. Was Sie hier droht dann? Na? Ein Stadtteil von Halle. Na? Oder ist es Sekretmäß? Nur Halle hier, ne? Das ist nur Halle. Das gehört zur Halle. Ja, ja. Das gehört zur Halle. Das sind die neuesten Straßenbahn. Das sind die neuesten, ja. Die neuesten, ja. Ja, ja. Da fahren wir über die Neue her. Ja. Okay. Das sind die neuesten, die es hier hat. Die haben uns schon seit Jahren, ja. Das ist noch ein neuer hier neben uns. Ja, das war noch. Das war noch. Dr. Vorläufer. Das ist der hier dritten. Das ist gut. Die Farbgebung jetzt. Mit der Werbung. Das ist der Vorteil daran. Wer bekommt ein bisschen Geld für die Firma. Ob es DB oder die Stadt. So sieht das aus. Da ist die Schiene sehr hoch. Das soll wahrscheinlich so schnell fahren. Das ist die Schiene hoch, oder? Ich habe doch eigentlich nur ein Himmel hier. Dann braucht es nicht. Und los! Ich muss noch mal was. Das ist meine Signale an Vorlauf. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Das war das hier. Das war die Handflamme. Das war die Landflamme. Das ist wel. Das ist der Durchfall. Jetzt zeigt es. Und der Ministräder. Das ist der Durchfall. Das ist von Sandbäldern. Das war der Nachteil, dass man hier unten genau gesehen hat, wie die Gleise belegt wurden. Alles nicht so schlecht. Passt das Löffel zusammen? Ja, wir haben Zeit. Ob wir da fünf Minuten Erd da sind oder später noch da sind. Wichtig ist, dass sie das gesehen haben, was sie sehen wollten. Und was anderes... Ist das eine Kirche? Das ist ein Stückchen Kirche gewesen, ja. Aber fragen Sie mich bitte nicht, welche jetzt dazugehört. Ob das jetzt evangelisches, katholisches oder vielleicht sogar russisch-orthodox oder sowas. Da sind ja auch noch Ablegern dabei. Da muss ich passen. Das Außenvor Kirche ist für mich da... Nicht so meine Welt, sag ich immer. Ja, ja, ja. Ich sage es auch, wo man da war. Der hat jetzt immer was anderes gemacht. Aber... Na ja. Gut, das ist... Müssen Sie doch... Jeder sieht das so wie, wie er es möchte, wie es sein muss. Und ich werde dem Film auch nicht irgendwie was dagegen haben. Zumindest den, der hier in Europa hat. Der Glauben ist vor mich eigentlich auch das, wo ich sage, okay, lass die Leute dran glauben. Okay, kein Thema. Aber was der Rest ist, wie Islam und so, tut mir leid. Ja. Da hebe ich die Bene an. Da mag ich mich auch das Thema. Vor allem, wenn es da Frauen und sonstiges alles wird. Betrogen, Betrogen und Betrückung oder nichts. Das ist ja... Das hat von mich nicht gesagt, ich könnte alles schütteln. Jetzt muss ich sagen, dass es ein Hotel drin ist. Ach so. Ja. Es könnte mal gewesen sein, dass es vorhin nicht gewesen ist, aber irgendwie ein Gutshaus. Ja. Ja. Das wäre ja möglich. Es ist noch das Bildungszentrum auch noch mit drin. Ja. Ja. Keine Ahnung. Was? Den Kollegen... Nee, das war nur bekannt mit den Grünen. Mama hat da... Bringt vorhin mal gut... Gut kurvig zurück und dann ist es gut. Das ist höflich. Heißt das, warum wir überall jetzt diese... die hier Streifel haben. Ja. Das war das alle... der Straßenbahn hier... nur ein Pult haben? Das sind eigentlich unsere Urtypen in ersten Fahrzeugen. Die hatten nur einen Richter. Gibt es welche mit zwei... beiden Enden? Ja. Das war der, der neben uns stand. Das ist ein Zweirichter gewesen. Die Neuer. Die Neuer. Ja. Und auch bei den älteren Typen hatten sie auch Zweirichter. Aha. Da hatte der dann eben hinten noch ein paar... auch dann wie jetzt hier. Aha. Hat der dann hinten noch den... auch dann... Wieso haben die den auch... in... 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 in ... in... in Berlin glaub ich die Neuesten sind bei 2 Richtungen Straßenbahn. Aber die etwas älter sind da vorne, also auch moderner, aber die sind nur... da gehen nur eine Richtung. Da muss man sowas machen können. Sonst geht das nicht. Nein, na, 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 na. Ach, das wird ja nicht mal traurig sein. Mhm. Wo ist es? Da ist noch runtergerutscht. Wo ich raus bin. Na, weil ich das Signal nicht mitnehme. Da habe ich mich irgendwo noch rausgeschmissen. Wir sollen die beiden fahren, oder? So ungefähr. Ja. Wenn wir existieren, da wussten sie nicht. Das, was im Plan war. Ja, ja. Darf aber eigentlich auch nicht sein. Wenn ich mich anmelde auf dem System, dann muss ich mich eigentlich nehmen. Eigentlich durchlassen, oder? Ja, so denke ich das auch. Aber naja. Das ist... Ich mach doch nichts. Das ist nö. Man wollte, man könnte. Man sollte ja vielleicht mal... Das ist... An dieser Anhaltestelle könnte man einen Straßenbahn halten und die Autos müssen fahren. Und da passiert manchmal was? Nein, eigentlich nicht selber. Für einen Fremden ist es vielmals schwieriger. Nein, das funktioniert eigentlich. Wenn wir reinfahren, ist es meistens so, dass hinten die Ampel dann auch rückschalten. Das ist ein sogenanntes Nachzugssignal. Aber es geht nicht verrückt, die sagen, ich schaffe das schon. Ja, das ist richtig. Wenn wir jetzt runterfahren, ist es in den Neustadt? Ja, in Richtung Borch-Giebischenstein. Und dann machen wir wieder hoch in Richtung Marchstein. Oh, Giebischenstein. Das ist eine Borch. Das ist eine Borch. Ich glaube, es war vor vielen, vielen Jahren in der Zeit noch. Ja. Da haben sie unter anderem Musiksendungen und sowas gedreht. Ah ja, okay. Jetzt fahren wir Richtung Ost. Und dem Westen. Das ist Westen. Ja. 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 Ja, da muss das Westen sein. Das ist nicht so wild. Das ist nicht so wild. Ja. Ja. Wenn man in der Gegend nicht ist und nicht unbedingt einen Kompass dabei hat. Ja. Und nicht weiß, wie was sein sollte oder sein kann. Ja. Die Bäume sind immer im Westen bewusst. Ja. Das weiß eigentlich normalerweise jeder, der da ein bisschen an der Natur denkt. Und darüber sich Gedanken machen. Ja. 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 Und die Sonne geht nun mal im Westen. Wenn sie am Unterlieb ist, dann kann man nur im Bereich Westen sich befinden. Okay. In Zufahren. Aber jetzt durch Licht und so. Und gegen den Mond oder keine Sonne. Und dann tut es also. Dann sieht es natürlich schlechter aus. Aha. Ja. Ja, das ist... Ja, da. Da haben wir hier vorne. Ah ja. Ja, ja. Das war... Das war für mich versteckt. Ich kann das nicht sehen. Ja, ja. Das ist die Schranke von uns von der Bahn. Weil sie hier, das Gebäude vom Zoo neu machen. Ach so. Den von der anderen Seite. Nein, nein, nein. Das ist der hintereingang vom Zoo. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, das ist schuldig. Das ist schuldig. Schuldig. Das ist schuldig. Schuldig. Ja, das kommt hier vorne jetzt. Das hast du gesagt. Ja, ja. Das kommt hier vorne jetzt. Das ist auf der linken Seite hierfür. Okay. In a moment we're going past the Fram Museum on the left. Yeah, you might see it. We're going past right past it, but it's somewhere along here on the left. Das ist jetzt wieder der beste Dauer. Das ist ein Park, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Da ist es jetzt gerade weg, da ist es gerade weg. Das ist abrufst du nicht weiter. Hier ist eines der ältesten Straßenbahn-Depots von allen. Das ist hier. Das wurde nur Rückwärts-Rückwärts-Rückwärts. Wenn wir das irgendwie anderweitig machen müssen, dass dann eben ein Kollege dazu berechnet, dass er da ist. Aber es ist ja nicht so schlimm. Wir fahren jetzt nach links rüber. Auf uns drauf zu befindet sich die Kastrichter zum Bohren. Zum Bohren, ne? Ja. Das ist so, naja. Es ist kein Fall, sage ich mal. Hier haben sie die Bohrch-Giebig-In-Stein. Da ist ein Kastroger hier im Giebig-In-Stein. In Berlin. Na gut, in Berlin hätte es schon längst den Namen geändert. Die machen alle Theater. Ja. Mohn, Mohn, Vase, Uwa und so. Ne, also da, das finde ich auch nie. Das gehe nicht so. Ich finde, das sind Begriffe, die sind gewachsen. Ich sage mal, das ist wie mit Mohrenkopf zum Beispiel. Ja, ja, das sagt man nicht mehr. Ja, warum? Das ist eigentlich ein alter Begriff, der nie gewandelt wurde oder nie jemanden gestört hat. Noch nicht mal. Dazu meist die Personen, die zu uns gekommen sind aus Afrika. Ja, woher die gekommen sind. Und die wollen das nicht mehr, dass das war, dass das braucht, dass das braucht. Ja. Die haben das heute vom Spielbild in dem, wo das sonstig ist. Ja, also. Äh. Ich weiß nicht. Aber es ist nicht so extrem wie in England. Da schmeißen sie die Station der Leute in Hafen und so weiter. Ne. Also das. Ah. Das muss nicht sein. Ja. Hier, wo wäre dann ein großes Gymnasium? Ja. Ah ja. Okay. Wir haben das hier. Hier, die Verleberung von Reichertsgarten, wo sie mich mit draufgebracht haben. Ja, aber die Namen auch nicht alle so. Ah. Man kommt ja auch nicht überall rum und guckt. Hm. Da ist so viel... Wie gesagt, um alle verstraßen als Erkunden brauchen wir mindestens 1-2 Jahre, um sich das in Ruhe mal so angucken zu können. Dazu zählt eben auch noch Neustadt. Und was eben auch noch interessant ist, wäre das Müberland. Neustadt war so ein DDR-Erfinden? Ja, ja, ja. Das war, wie gesagt, eine Stadtzeuge bei der Arbeiter von Guna Leuna geplant, gebaut. Die, wie gesagt, die dort gewohnt haben, haben es sehr, sehr geliebt, weil es war eine sehr gute Wohnung. Zu den Zeiten. Zu den Zeiten, ja. Heutzutage sprechen sie in vielen Sachen nicht mehr an dem Tag, wie es eins heute weiter. Es wird ja auch nachher nichts mehr gemacht. Ja. Es schlacht, aber eine Rente wurde an denen ich heute nicht mehr gemacht. Ja. Und wir sehen es selbst da, wo was gemacht wird. Dieses Schwierfinken, ich verstehe das nicht. So schöne Häuser, die sind da hochgepustet, die noch was aussäen. Die werden verschmiert und beschmiert. Also das ist wirklich unter Alarm. Und die Preise entsprechen hoch, heutzutage? Ja, sie sind dementsprechend hoch. Und das ist ein Museum. Und so ein 1.000 Euro sicherlich nicht weg. Ja. Das muss mehr sein. Museum hier? Das ist das Museum. Wo es sich oben... There's a State Museum on the left here. They have the State of Saxe in the Young House on the left. It's Museum. Blachheim, oder State Museum. Was sich hier in der Scheibe von Jepra hinten befindet. Okay. Könnte eigentlich ein Begriff sein. Sag mal. Jetzt werden wir ja... Von dem Namen her, die Himmelscheibe, müsste eigentlich bekannt sein. Ach so, ja. Ist der? Ja. Ah. Der hat da so gelesen. Wir waren in der Nähe letztens. Und man hat gedacht, du musst dich da hinzugehen. Ist das alles eine Halle oder so? Wahrscheinlich ist er schon, oder? Es ist nun mal... Man muss es so entnehmen. Es wird vieles gefüllt. Es wird dann zugeordnet und so weiter. Entweder oder. Das kann man sich nicht beeinflussen. Das ist jetzt eine reguläre Umfahrung. Weil wir können ja so lange nicht fahren. Okay. Wir müssen jetzt hier übers Heileck rüber. Und dann ist das so. Das ist das Gymnasium, oder? Das ist hier auch. Das ist die Schule hier. Das dauert ein bisschen. Ja, ja. Ist schon sehr verwinkelt. Die Stand von der Sache her. Und wir kommen aus allen Ecken und Enden. Teilweise auch probate aus. Ja. Die Flächen, ja. Mitvermeidung ist es aber so, dass alles größtenteils Ampel geregelt ist. Ja, ja. Zu den Zeiten, wo es anging mit der Straßenbahn, wie gesagt, gab es keine Ampeln. Wir waren dann eben bloß die Gefahr drauf. Die Chauffeure, wie man so sagen sagt, da zum Beispiel. Ja, bei Wind und Wetter. Die haben keine Kanzel gehabt, wie wir hier. Ja, die haben dann die Witterumflegung ausgesetzt. Die haben da alles gemacht. Also Passagiere eben natürlich. Die Räume waren zu. Wann ist die erste Straßenbahnhalle gebaut worden? Schon gebaut. Gebaut wurden sie. Das sind über 120 Jahre, was sie jetzt hier schon fährt. Damals mit Pferde? Ja, schon elektrisch. Vorher Pferde, vorher Pferde. Das war das Stück, wo wir jetzt zum Land gefahren sind. Jetzt auf der Rücktour hier. Da war es das erste Teil Pferdekur und der Herd ist elektrisch. Ja. Zeit 185. In der Richtung geht das. Man kennt sich. Na ja, meine Schicht. Ja, ja. 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 Stimmt. 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 Wir lieben euch nicht mit. Das Mädchen guckt ihr ganz traurig. Ja, ja. Die haben wir vorhin unsere Kontrolleure mitgenommen. Ja, ja. Ja. Das ist auch so. Eigentlich untereinander, sagen wir mal. Da machen wir das. Ja. Das ist nicht so nett. Es gehört sich das da einfach irgendwo. Ja. Ich musste eben nur aufpassen am Bahnhof, dass ich nicht zu zeitig war. Weil die Neuen und die Sieben kamen ja kurz übereinander. Ja. Und die Neuen Pferde vor dem Jahr musste ja erst durch sein, bevor ich aus dem Betrieb zurück raus konnte. Also. Das wäre eigentlich ein Ehre gewesen, dass sie es noch nicht gut umkönnen und das und jenes. Haben ja gesehen, wie enge Gedakte das ist. Ja. Wir können ja auch in der Zukunft ein paar Minuten, dass sie mal Fotos machen konnten. So. Und das werden sie jetzt auf dem Markt sehen. Da kommt da ein Rudel an. Wir haben ja schon Opfer, da muss ich heute ihn abkochen jetzt. Und dann weiß ich nicht, ob man da noch raussteigen könnte. Ja. 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 Es ist auch relativ gut besucht, also. Die Südie sag ich mal. Also da kann man das weg. Ja. Es ist so gut. Aber wenn viele rumlaufen. Das heißt, Straßenbahn, der 14er fährt sich nicht ja, also wenn ich ja nicht mehr fahren müsste und jeder alles laufen müsste, da werden viele auch sagen, nee, das kann man auch nicht wieder zurück. Wenn man überlegt, wenn man jetzt hier von Rot da unten auf dem Markt was erledigen müsste und dann hat es gar weiterlaufen, vielleicht nicht nur zu muß ist und sowas, ja, also da. Es ist dann wohl erstaunlich, dass man sich dann da in den Bahnen setzen kann. Ja. Und zu befahren kann. Ja, also da, ja, das ist, ja, es ist in vielen, in vielen ist es, ja, das ist ja Fremdlichkeit. Ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Das ist das, das ist das, also da. Also da. Ja, das war schön, das habe ich ja gebaut, mit der Rassen, ansonsten, die, 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 die Patriezshäuser hier, ja, ja, teilweise dann, die Universitätswürde, wo, 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 wo Ärzte, Professoren und alles, äh, gewohnt haben, wo ich aber auch nicht weiß, ja, genau, aber man denkt sich eben so seinen Teil, ja. Ja, ja, ja. Man sieht ja dann schon von den Straßennamen und so, und da, äh, der Einfluss damit. Äh, zu. Ach, Hermannsstraße. Ja, so, ja, ja. Kind von Berlin. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Es ist geblieben. Es gibt Namen. Wie viele deutsche Leute, oder Männer, die meinen, da hieß Adolf. Den Namen haben sie doch nicht weggegeben. Ah doch, das habe ich immer noch gesehen. Die ist ja auch geblieben. Ja, was soll das? Ja, total, mit dem hohen Kopf. Das ist für mich eine Pflanze, mit jeder Hand vor. Und da muss ich mich doch nicht verrückt machen und die dann vielleicht da wegweben. Das ist für mich ein Ding doch unnötig. Nicht nötig, ne? Genau, das ist nicht nötig für mich. Aber wie gesagt, das ist eben... Das ist jetzt Richtung Mitte hier. Wir fahren jetzt Richtung Mark. Wir fahren jetzt Richtung Mark. Das war mal früher ein riesen Kaufhaus. Gerade vor uns hier, ja. Wurde dann aber, wie man so schön sagt, in der bewussten Zeit zu unseren Seiten. Ja. Und den kleinen, frechen Österreicher. Aha. Und die Leute da erfanden und denen sich ganz so interessieren. Das ist nur ein Wurden. Also deswegen hat er sich da einknöteln an, dass wir irgendwie andere Leute vormachen. Ist aber auch schön erhalten worden. Ist auch schön erhalten worden. Ist auch schön hergerichtet worden, finde ich. Also doch, sag ich mal. Ja. Schön, dass das alles noch beliebt ist und nicht deutlich. Na klar. Absolut. Aber das ist eben die grundsätzliche Geschichte, die in Deutschland eben noch hängt. Also, man muss damit leben. Man muss es so hinnehmen, wie es ist. Ja. Und hier eben. Vorhin war im Rösten Ehrich der Haftstadt. Und Trüm war eben wohl im vierten Jahr. Ja. Könnte man noch sagen. Bei ihnen hat Schirrschlöck und das und das. Sauen wir eh. Was die Dreier damals geschafft haben. Ja. Ja. Den Adolten, ihnen überzuhelfen und dem das lief zu brechen. Aller, aller, aller Primär. Was danach rauszukommen ist, zwischen Ami, Russen und euch, ist dahingestellt. Ja, ja. Ja. Aber sie haben ihn zu schaffen. Sie haben den Sandberg gelegt. Und das möchte ich den Leuten rein. Auf den Ami, Russen und auf den Dritten. Ja. Das wollen wir wieder machen. Ja. Das ist. Das wird verkannt auch teilweise. Ja. Ja. Was mir sehr imponiert. Erfurt war vor vielen Jahren da. Ich muss sagen, die Stadt gefällt dir immer noch unerscheinlich gut. Ja. Das ist eine tolle Stadt. Und das noch mit der Kremlbrücke. Die ganzen Sachen da bis weg. Das ist sehr schön. Da kann ich nicht. Ja. Also da. Also das ist. The last. Ja. Ah ja. Das ist der Markt. Das ist der Markt. Ja. Ja. Das ist der Markt. Das ist der Markt. Ja. Da ist dann die Fahrt. Dann ist unser Ende. Ja. Das ist so weit weit für sie. Und ich hoffe es hat. Ja. 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 Wir kommen auf den Marktplatz. Jetzt ist der Ende unserer Reise. Also. Ich möchte den Damen und Herren bedanken. Er ist Olaf. Wie? Olaf. Olaf. Ja. 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 Das machen wir. Das gehört dann einfach dazu. Äh. Ja. 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 Das ist das Einzige, was dann ist, weil es bei uns hier im Osten nie so gefecht wurde, wie die Sprache. Jetzt kommt es langsamer drauf, aber für mich ist es zu spät. Naja, also ich muss sagen, bei dir geht es noch, aber so manchmal ist es im Süden, Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen zum Teil, muss ich auch sagen, aua, das kann ich nicht so gut. Ja, das ist richtig, aber wie gesagt, in der Mitte-Deutschland ist da ein bisschen gut einfach und flexibel und da kriegt das mit der Sprache einfach rein. Also da, sag ich mal. Ja, simpel, ne? Naja, da vorne, da vorne, da vorne. Das ist die Marktkirche da, die ganz geplanten. Das ist die große Höhe, ne? Ja, genau. Ja, ich gehe hier auf der Ecke an, dass sie so die gleiche Höhe haben und dann, ja. Und seine Kamera muss er noch abbauen. Börbchen Börbchen Wir sehen uns beim nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR